Eine Frage. Würdet ihr euch als tolerant beschreiben? Die meisten von euch sagen jetzt wahrscheinlich, ja klar, tolerant zu sein ist wichtig, wenn man mit vielen verschiedenen Menschen zusammenkommt. Und das tun wir ja Tag für Tag. Dann frage ich mal weiter. Wann ist es wichtig, nicht tolerant zu sein? Diese auf den ersten Blick vielleicht so ein bisschen komische Frage beantwortet das sogenannte Toleranzparadoxon. Das Wort Toleranz kommt aus dem Lateinischen tolerare und bedeutet wörtlich, etwas zu erdulden oder zu ertragen. Das heißt, eine andere Weltanschauung zum Beispiel zu dulden, auch wenn ihr nicht der gleichen Meinung seid. Aber Toleranz muss eine Grenze haben, meinte der österreichische Philosoph Karl Popper. Er hat dieses Toleranzparadoxon in die Welt gebracht und das besagt, dass man gegenüber Intoleranz intolerant sein muss.